Hallo, hier ist Best of BibleTunes. Deine Hits aus über 13 Jahren, die Bibel im Ohr. Im Jahr 2019 habe ich damit begonnen, über die jüdische Welt der Bibel zu sprechen. Die heutige Episode über den edlen Ölbaum aus Römer 11 hat es auf Platz 9 unserer Best of BibleTunes Charts geschafft. Mittlerweile ist dieser Bereich der jüdischen Welt durch die Zusammenarbeit mit Asaf Seewi sehr, sehr groß geworden. Wir haben Staffeln gemacht über die Tora zu den jüdischen Festen, über den Messias, über den Naos-Konflikt und momentan berichten wir wöchentlich aus Israel von den aktuellen Ereignissen. Die heutige Episode ist deshalb so wichtig, weil es die Kernfrage beantwortet. Was ist das Christentum? Woher kommt das Christentum? Es wurzelt im Judentum. Paulus drückt das wunderbar in diesem Bild des edlen Ölbaums in Römer 11 aus. Wenn du dieses Thema noch vertiefen möchtest, gibt es eine aktuelle Predigt von mir, die ich letztes Jahr im ICF Hamburg zu diesem Thema gehalten habe. Den Link dazu findest du unter der heutigen Episode. Hallo, hier ist BibleTunes zum Thema Die jüdische Welt der Bibel mit Joshua Henrich und Detlef Kühlein. Wer Bibel liest, wird ganz schnell merken, ich komme ja um dieses Thema der jüdischen Welt gar nicht drum rum. Denn im Alten Testament geht es komplett nur um Israel, das heißt um die israelitische Welt, die jüdische Welt. Und auch im Neuen Testament ist das so. Auch wenn es dann ab Apostelgeschichte, sage ich jetzt mal, auch in den griechisch-römischen Raum hineingeht, haben wir es doch durchweg mit der jüdischen Welt zu tun in der Bibel. Und deswegen allein lohnt es sich schon, oder ist es zwingend notwendig, sich auch mit dieser jüdischen Welt, mit diesem jüdischen Hintergrund auseinanderzusetzen. Dazu kommt, dass ja das Alte Testament in hebräischer Sprache geschrieben worden ist, im Originaltext. Das heißt, das ist die jüdische Sprache. Und dazu kommt, dass Jesus Jude war. Nein, er war nicht nur Jude, sondern er ist Jude, weil er ist ja auferstanden und erlebt. Das heißt, er ist jetzt momentan auch noch Jude. Ja, er ist Messias und Gottes Sohn, aber er ist von seiner völkischen Abstammung her Jude. Das heißt, wir haben es im Alten, im Neuen Testament mit Judentum zu tun. Also deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen. Ich bemerke so zwei verschiedene Umgangsweisen mit dem Thema Israel und Judentum. Auf der einen Seite blendet man das so ein bisschen aus. Es gibt Leute, die sagen so, das brauchen wir nicht so, das Alte Testament ist eh alles, das brauchen wir jetzt nicht mehr, weil Jesus ist ja gekommen und hat da vieles anders gemacht. Und jetzt leben wir ja im Neuen Bund. Das ist im Moment gerade aktuell, auch in manchen Büchern lese ich das. Und es gibt auch Theologen, die sich dazu äußern, so brauchen das Alte Testament nicht mehr so. Das muss man nicht mehr so betonen. Lieber so im Neuen Testament. Nun, ich finde, das geht so nicht. Man kann das nicht auseinandernehmen. Und wir werden in dieser Staffel uns noch genauer anschauen, warum das so ist. Aber da bin ich tief von überzeugt. Allein der Tatsache geschuldet, dass Jesus eben Jude ist. Und seine Bibel war die des Alten Testaments, was wir das Alte Testament nennen. Und es ist so, das Neue Testament besteht eigentlich in weiten Teilen aus Alten Testament. Allein 452 Mal wird das Alte Testament im Neuen Testament zitiert. Das heißt, wenn ich alle Zitate rausschneiden würde im Neuen Testament, da bleibt nicht mehr allzu viel übrig. Und die ganzen Assoziationen und Nebenbemerkungen und Verbindungen zum ATI, wenn ich die auch noch rausnehmen würde, da bleibt nicht mehr viel übrig. Außer Jesus. Ja, den gibt es aber auch schon im Alten Testament. Es gibt über 300 Verheißungen auf Jesus. Jesus, klar, ist die Verbindung. Aber wir können das ATI vom NT nicht lösen. Die andere Verhaltensweise ist so, die ich beobachte, dass Leute das so ein bisschen übertreiben. Ja, hast du vielleicht auch schon mal gemerkt, wenn die Leute begegnen, so Israel-Fans. Ja, und du musst quasi konvertieren zum Judentum am besten. Ja, kommt mir manchmal so vor. Das ist so das andere Extrem. Wie so zwei extreme Haltungen, sage ich mal. Das eine ist so ein bisschen die Ablehnung und das andere ist so dieses totale Fan-Sein und am besten werden wir jetzt alle zu Juden. Nein, ich glaube, es muss einen Mittelweg geben. Und ich versuche da auch eine Brücke zu schlagen. Und das ist besonders durch meine Freundschaft zu einem Juden, was in den letzten Jahren entstanden ist und was ich pflegen durfte. Ist das jetzt ein Thema geworden in meinem Leben, dass ich sage, dieser jüdisch-christliche Dialog, dieses Brückenbauen, Judentum, Christentum von beiden Seiten, das ist etwas total Wertvolles. Und ich möchte heute mal so ein paar Grundlagen legen, so in einem ersten Teil, da kommen noch weitere Grundlagen dazu. Einfach Gedanken von Paulus aus dem Römerbrief. Einfach mal ein paar Texte lesen, vorlesen. Ich lese mal hier aus Römer 9, nach der Neuen Genfer Übersetzung, Vers 1. Sie sind ja Israelite. Und jetzt kommt ab Vers 4, kommen so ein paar Statusmeldungen, so der Status Quo, was Israel in Gottes Augen ist. Es wird ja nicht von der Vergangenheit geredet, so das war einmal, sondern was aktuell. Wir sind hier im Römer Kapitel 9. Das ist alles nach der Auferstehung, nach Pfingsten, Zeit der neutestamentlichen Gemeinde. Den schreibt Paulus ja hier auch, den Römern, bestehend aus Judenchristen und Heidenchristen. Den schreibt er. Und er sagt, sie sind ja Israeliten und ihnen hat Gott die Sohneswürde geschenkt. Ihnen hat er sich in seiner Herrlichkeit gezeigt. Mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen. Und die Bündnisse gelten. Ihnen hat er das Gesetz und die Ordnung des Gottesdienstes gegeben. Ihnen gelten seine Zusagen. Immer noch. Aktuell. Das schreibt Paulus. Sie sind Nachkommen der Stammväter, die Gott erwählt hat. Und aus ihrer Mitte ist seiner irdischen Herkunft nach der Messias hervorgegangen. Christus, der Herr über alles, der für immer und ewig zu preisende Gott. Amen. So schreibt Paulus in Römer 9, die Verse 1 bis 5. Und hier sind Statusmeldungen, Sohneswürde, Herrlichkeit, Bündnisse, Gesetz, Ordnung, Gottesdienst, Zusagen. Und Christus ist aus ihrer Mitte hervorgegangen. Das ist das Volk Gottes. Römer 11, die Verse 1 bis 2. Was will ich damit sagen? Hat Gott sein Volk etwa verstoßen? Das ist ja die Frage auch, die viele haben. Wie ist denn das überhaupt? Verhältnis von neutestamentlicher Gemeinde und Israel. Es kann doch nur ein Volk geben. Also entweder jetzt Israel oder die Gemeinde. Und dann stellt man so diese beiden Körperschaften so gegeneinander über und sagt so, also entweder das eine oder das andere. Und Paulus sagt, niemals hat Gott sein Volk verstoßen? Nein, niemals. Ich bin ja selbst ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Schließlich hat er schon vor aller Zeit die Entscheidung getroffen, dass es ihm gehören soll. Und das gibt Gott nicht auf, könnte man hier ergänzen. So ist es, Paulus. Also er hat Israel nicht verstoßen. Es gibt so in der Theologie ein Denken, das man Ersatztheologie nennt. Und damit ist gemeint, dass man versucht eben zu sagen, die neutestamentliche Gemeinde hat Israel als Volk Gottes ersetzt. Deswegen Ersatztheologie. Also Israel und damit auch das Alte Testament. Es ist ersetzt worden von der Gemeinde, neutestamentlichen Gemeinde. Und das ist jetzt das Neue. Und so ist es Ersatz. Und weil die haben ja auch Jesus nicht wirklich angenommen und dann werden verschiedene Gründe gebracht. Und damit ist das Thema sozusagen durch. Paulus sagt hier aber was anderes. Nein, Israel wurde nicht ersetzt. Es ist immer noch Volk Gottes. Und er begründet das dann in Römer 11 mit einem Bild, mit dem Bild vom Ölbaum. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Ich weiß, es ist ein Bild, aber es hat eine tiefe geistliche Wahrheit darin. Wo er sagt, Gott hat aus beidem eins gemacht. Also aus Juden, aus dem Volk der Juden, Israel und den Heiden, die aus den heidnischen Völkern kommen, also nicht Juden, eins gemacht. Im Ölbaum zusammengefügt. Oder wie er auch in Epheser 2 zum Beispiel, die Stelle schiebe ich kurz hier ein. Ja, wir machen schon auch ein bisschen Bibelarbeit. Um da so ein bisschen reinzukommen, sagt er in Christus, Kapitel 2, Epheser 2, Vers 13. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Später heißt es, sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu stiften. Also, sie sind versöhnt zu einem einzigen Leib, zu einer Gemeinde, zu einem Volk. Das ist Paulus Theologie, keine Ersatztheologie, sondern eine Theologie der Zusammenführung, der Brücken, des Friedens. Aus zwei hat er eins gemacht. Und das ist jetzt auch die Idee hier in Römer 11, Vers 16 bis 24, die ich zum Schluss lesen möchte. Unkommentiert, kannst selbst zuhören und das rausnehmen für dich, was dir wichtig scheint. Das ist auch die Idee hier von Paulus. Also, in diesem Bild vom Ölbaum geht es darum, der Ölbaum ist Israel. Okay, das ist der edle Ölbaum. Die Wurzel, das sind die Väter Abraham, Isaac, Jakob. Da hat Gott angefangen mit den Menschen, er hat sie erwählt. Und das ist jetzt also dieser edle Ölbaum. Und die wilden Zweige, das sind die Heidenchristen, heidnische Völker. Also, ich zum Beispiel. Ich bin so ein wilder Zweig und werde also in diesen edlen Ölbaum eingepfropft. Und das macht man normalerweise nicht so in der Gartenbauerei, dass man, also man macht es umgekehrt. Man nimmt also einen normalen Baum und veredelt diesen Baum, deswegen heißt es auch so, mit einem edlen Zweig. Okay, und nicht mit einem wilden. Also, was Gott hier macht, ist schon wild. Es ist eigentlich entgegen der Natur. Er propft also wilde Zweige rein. Und jetzt geht es eigentlich in diesem Text darum, ja, was machen wir damit? Ja, da ist Stolz im Spiel, da sind verschiedene Gedankengänge im Spiel. Und das geht Paulus jetzt mal mit uns durch und wir können jetzt hier einfach mal zuhören. Und wenn die Wurzel des Ölbaums Gott geweiht ist, sind auch die Zweige ihm geweiht. Nun wurden aber einige dieser Zweige ausgebrochen. Und unter die übrig gebliebenen Zweige bist du, der Zweig eines wilden Ölbaums, eingepfropft worden und wirst jetzt wie sie vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Doch das ist kein Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Wenn du meinst, du hättest das Recht dazu, dann lass dir gesagt sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Aber, entgegnest du vielleicht, damit ich eingepfropft werden konnte, sind andere Zweige ausgebrochen worden. Einverstanden. Aber dass sie ausgebrochen wurden, lag an ihrem Unglauben. Und dass du da stehst, wo du stehst, liegt an deinem Glauben. Darum sei nicht überheblich, sondern sei dir bewusst, in welcher Gefahr du dich befindest. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, warum sollte er dann dich verschonen? Du hast dir also beides vor Augen, Gottes Güte und Gottes Strenge. Seine Strenge den gegenüber, die sich von ihm abgewendet haben und seine Güte dir gegenüber vorausgesetzt. Du hörst nicht auf, dich auf seine Güte zu verlassen. Sonst wirst auch du abgehauen werden. Die ausgebrochenen Zweige dagegen werden wieder eingepfropft werden, sofern sie nicht an ihrem Unglauben festhalten. Denn es steht sehr wohl in Gottes Macht, sie wieder einzupfropfen. Wenn nämlich du aus dem wilden Ölbaum herausgeschnitten wurdest, zu dem du von Natur aus gehörtest, und auf den edlen Ölbaum aufgepfropft worden bist, mit dem du doch von Natur aus nichts gemeinsam hast, wie viel leichter wird es dann sein, die Zweige, die von Natur aus zum edlen Ölbaum gehören, wieder auf ihren eigenen Baum aufzupfropfen. Soweit mal Paulus hier in Römer 11. Weißt du, was für mich die wichtigsten Aussagen hier sind, die alles klar machen? Das ist einmal, du wirst jetzt wie sie vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Das ist aktuell so. vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums. Da kommt Saft, Segenssaft und Kraft aus der Wurzel. Und was ist die Wurzel? Das sind die Väter. Das ist die Geschichte Israels im Allendessen. Das ist der Segen, die Bündnisse, das, was Gott da mit Israel angefangen hat. Wir werden aus dieser Wurzel quasi mit jüdischem Segenssaft ernährt, genährt. Auch Jesus gehört dazu. Und nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich.